Herzlich Willkommen zu meinem Brenner Tutorial Morgenstern Teil 3 und heute machen wir den Stab dafür und die Befestigung und als erstes überladen wir wieder einen Torus und den drehen wir schon mal der Y 90 Grad so S mal ein bisschen heran und einfach da machen so ok ein bisschen höher alles klar, es hat zwei so jetzt hätten wir hier noch ah, da machen wir im Edith Modus, dass wir da zusammen haben und zwar ein Zylinder den drehen wir jetzt X R X R X 90 G so erstmal erstmal ein bisschen verkleinern so G Y oh machen wir da dran A B so X X X X F X X X Y O X F X F X Y O Objekt Mood so der geht jetzt mal von dem äh aber so parent so setz Mood der und gleiche Material so jetzt jetzt mal hier hin und jetzt kommt äh ja Begriff und zwar Ed Zylinder ok warum mache ich das immer verkehrt und sich ein bisschen kleiner G G G X so und äh B G G Y Y so Objekt Mood set smooth so Material New so New und zwar Image wie gesagt die Materialien die können wir alle aus dem Internet Texturen da haben wir Baum haben wir irgendwo was Baumstamm Textur Select und wir machen noch die Wolken das war so groß jetzt mal so so zu naja sieht aus wie die Scheine das will ich jetzt auch nicht gucken wir mal her zu hell wir gucken erst mal normal normal jetzt gucken wir mal Kamera haben wir jetzt ne haben wir nicht gemacht oh parent überwicht sich alles G S G jetzt gucken wir erstmal was wir gemacht haben nun ja viel Holz sieht da nicht aus dann müssen wir die Farbe mal ein bisschen im braune gehen so ja das sieht das schon ganz schön aus machen wir eher oh lass mal ein bisschen nach unten wackeln hier so rendern wir nochmal so das ist mein Morgenstern Leute ich weiß es ist nicht perfekt und ich will euch ja auch nur Anregungen geben wie funktioniert die Kette wackelt in sich da und da ich mach vielleicht noch ein kleines A wie ich weiß ich könnte es so groß wie gesagt ich möchte nur ein paar Anregungen geben wie es gemacht werden könnte das war es für mich der Morgenstern hat sich damit erledigt und Tschüss